ja da freuen wir uns wieder haben so ein schönes musikschirm bekommen ja im letzten teil hatten wir ja hier in dem schönen wünschendorf einige sachen erledigt wir haben eine flasche hier zu sie ring gebracht müssen jetzt die medizin zu rona bringen ist aber in 342 metern und haben ja war noch amy eine regionale quest die wir hier vielleicht noch nehmen sollten das machen wir einfach mal und zwar jetzt weißt du dir und wir werden dein glanz hier wirklich vermissen wenn du fort bist würdest du noch eine letzte sache für uns tun aber gerne wir kriegen dafür pochendes herz es ist eine alte wünschendorf tradition vor einer langen reise einen baum zu pflanzen und während du reist und dazu lernst wächst der baum genau wie du würdest du deinen einem pflanzen damit wir ein andenken an dich haben du aktivierst quest gegenstände indem du ihre symbole im quest tracker rechts klickst machen wir doch gerne pflanze folgende gegenstände ein junger schüssling wo sollen wir die pflanzen da ist da ist da sie drücken um automatisches laufen zu aktivieren ohne dabei die wehtaste gedrückt halten zu müssen zur ersten gekostet und verkostet und verkostet meines tranks können wir uns wieder etwas sprit holen dann sind wir etwas schneller aber wir müssen erst mal pflanzen so genau sollen wir hier was pflanzen und hier mitten auf dem weg so bin schon dabei und da ist er schon ging aber zügig mein bäumchen bäumchen wende dich wechsel dich ne halt moment so so ist doch ein automatisches laufen brauchen wir nicht er wächst ja schon wir können ja mal winken der wächst ja viel schneller der wächst ja richtig gut bis hier ist momentan wurde meine maus ist und das ist schön vielleicht wenn man wieder kommen ob er ist ja der stelle was grün und wächst ja richtig gut der baum blub da ist aber was hier so okay wir müssen in die richtung gehen da an der küste lang oder daran ich glaube da lang werden aber noch ein getränk nehmen und den rasen etwas schneller das ist doch schön fahrzeug schaffen da neben der peri oder wie er heißt was haben wir hier ich will noch mal langsamer laufen ein wildschwein die können wir was trinken energiert krank können wir auch die kutsche nehmen aber wie gesagt die ist ja im allgemeinen nicht gerade schneller die ist vielleicht witzig aber nicht schnell die können wir schon wieder in energietrank nehmen wohners tochter nein sie wird ihre ihre puppe schon wieder finden hat die puppe ist immer gut sie winkt schon wieder winke winke was haben wir hier dann aber noch ein paar kaninchen oh na was ist denn los was ist das die medizin die ist von allen oder das muss ihn einen ganzen monat zu gekostet haben er ist so lieb zu mir und jenny als er das letzte mal hier war hat er hier sogar eine kleine puppe gemacht warte wo ist jenny sie sagte sie wollte ihren vater im blauen nebelwald suchen aber sie ist schon zu viel zu lange fort könntest du sie bitte suchen und ihr sagen dass sie nach hause eilen soll ich will nicht dass sie in diesen wäldern herum wandert da draußen gibt es banditen machen wir doch gerne das machen wir unverzüglich wir werden nicht zulassen dass ihr etwas geschieht hier haben wir wieder lusches in form eines kätzchen hallo lusches du kannst auf bäume klettern indem du dich neben sie stellst und f drückst aber nicht jeder baum lässt sich erklimmeln er steigern wahrscheinlich wir werden mal wieder eine runde wachhüter arthur hallo wachhüter arthur ich bin hier wohl nicht gut genug hier haben wir noch eine handwerksquest aber wir werden zuerst mal jenny suchen bevor wir diese handwerksquest annehmen da hinten ist noch eine quest wie gesagt wir machen erstmal jenny und dann gucken wir weiter hier haben wir jenny und lusches ist wieder da als kätzchen hat aber noch die variante mit den bäumen ah jenny ist weser am leben mutter macht sich sorgen aber ich kann hier noch nicht weg die anderen kinder haben eine puppe in einen der bäume geworfen und ich komme nicht ran könntest du bitte die rau rinnen kiefer hinauf klettern und mir meine puppe zurückbringen ellen hat sie für mich gemacht ich wäre so traurig wenn sie weg wäre machen wir gerne ich schätze mal wir müssen hier rauf die klettern auf dem baum als wenn es ein leiter wäre äh frage ich bloß wo ist die puppe raum rinnen kiefer so hoch können die doch eigentlich sein oder ah hier leuchtet was ist das eine puppe ah das ist eine puppe tatsache ein äh nicht runterfallen äh ein püppchen puppe nehmen flupp puppe weg und wieder runter na gut gehen wir mal eine runde runter bam badadadadadada badadadada ha wie eine leiter wie geübt der blick nach unten richtung der jenny hallo jenny hallo jenny opss meine puppe tanke du bist lieb ich darf nach hause gehen sobald Vater wieder da ist wo bleibt ihr nur Ohne meinen Vater kann ich nicht heimkehren. Ich muss ihm versprechen, dass ich hier auf ihn und Speerhauptmann Klick warte. Könntest du nach ihm suchen? Ein Skill-Update. Unser Frostpfeil ist auf Rang 2 hochgestuft. Das ist nett. Dankeschön. Ja, eigentlich wollte ich ja zurück da und die Quest noch machen, gell? Und jetzt kommen da zwei neue. Ah. Ich denke mal vor, ich habe die Sachen zu beenden, aber ich glaube, so wie diese Handwerksquest muss ich mal zwischendurch mal machen. Also wir werden mal gleich mal hingehen zum Speerhauptmann. Wir werden aber vorher noch diese Handwerksquest schnell machen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Da kennen wir ja nichts. Wir haben ja zum Glück auch unsere Mana-Menge erhöht. Vorsicht! Die Braunbären im Braunnebelwald sind sehr feindselig. Ich habe eine Belohnung für Abenteuerer ausgeschrieben, die sie jagen können. Monolithen-Forscher Miles. Es gibt 930 Erfahrungspunkte. Entschuldigt, ich nehme an. Das heißt, wir sollen hier ein paar Braunbären erlegen. Hungriger Braunbär. Es ist zu weit, es ist zu weit. Aber auch hier jetzt. Wir werden den Frostpfeil mal nehmen. Jetzt haut der auch noch ab. So, der Frostpfeil, komm her. Frostpfeil ist auch hier. Oh! Der hat aber so, der Frostpfeil ist ja bloß kurz. Er hat nur eine einmalige Sache sozusagen. Geldbörse des Farmers erworben. Schwer verletzter junger Mann. Oh mein Gott, was ist da bloß los? Was ist da bloß los? Erstmal Frosty. Frosty ist es Snowman. Aber der Frostpfeil ist ja klasse. Der ist ja echt klasse. Frostpfeil wieder parat, aber Frosty. Herrlich. Also ich bin mit dem Skill bin ich richtig zufrieden. Beziehungsweise mit unserem Zauberer. Gehst du mal von dem jungen Mann weg, Waff, waff, waff. Und weg ist er. Schwier, der nächste da. Oh, hat schon gereicht. Ein Frostpfeil. Achso, wie gesagt, ihr könnt da irgendwie noch gucken. Schwer verletzter junger Mann. Ob da was ist, aber... Hm. Kann leider nichts mit dir machen, mein Freund. Es tut mir leid. Er hat nur noch wenig Lebensenergie. Vielleicht müssen wir noch zurück hier. Aber momentan müssen wir erst mal zu unserem Speerhauptmann klick und da Jennys Vater besuchen oder wie auch immer nachfragen. Der Vater der kleinen Jenny. Oh, du meinst Miles, den Monolithen-Forscher. Ach, der hat ja auch das Belohnung ausgegeben für die Bären. Als ich Miles letzt gesehen habe, war er im südlichen Monolithen. Er ist ganz verrückt nach diesen alten Dingern. Vielleicht findest du ihn immer noch dort. Wieso habe ich das Gefühl? Nee, wir müssen nach da. Gut, wir wissen aber jetzt, dass wir doch lieber denn die Quests, wenn die so weiter weg sind, beziehungsweise die nächste so weit weg sind. Das lohnt sich ja nicht einzugehen. Sonst kriegen wir die Quest hier. Soll angeblich eine gelbe, soll eine regionale Quest sein. Na, wir gucken mal. Der Speer Philipp. Du gehst da wirklich hin. Dieser Bereich von Blaunebel wimmelt nur so von untoten Geistern. Die meisten wandern einfach umher und greifen alle an, die ihnen zu nahe kommen. Aber ein Geist steht einfach nur am nördlichen Monolithen und starrt uns an. Du könntest ja mal mit ihm sprechen, wenn du genug Mumm hast. Aber mich kriegen keine zehn Pferde dorthin. Ich bleibe schön im Land der Lebenden. Jawohl. Na, dann wirst du also ein richtiger einrichtiger Herd. Ach, dann ist der Geist am Monolithen. Haben wir hier noch irgendwo was? Nö. Wir gehen dann mal zum Geist des Monolithen. Hallo Monolithengeist. Fällt mir ein, ich wollte mal meinen Namen hier wegmachen. Ah, vielleicht mal nächstes Mal. Oh. Spuk am Monolithen. Monolithengeist, kannst du mich sehen? Lebendes Geschöpf. Wirst du dir meine Geschichte anhören? Die Geister an diesem Ort sind ruhelos. Sie sind die Opfer von Welpo und seiner Diebesbande und wurden auf den Straßen des Blaunebelwaldes umgebracht. Sie werden erst Ruhe finden, wenn ihr Tod gerecht wird. Du musst die Mitglieder von Welpos Bande erledigen, um Welpos blutigen Zeichen, blutige Zeichen zu sammeln. Welpo und seine Leute haben ihr Lager südlich von hier. Bringe sie und kehre mit einem Beweis ihrer Niederlage zu mir zum Monolithen zurück. Ich werde dir dabei helfen, diese unglücklichen Seelen zur Ruhe zu bitten. Okay. Das heißt, die müssen wir auch noch erlegen. Wird langsam anstrengend hier. Gut. Das heißt, hier haben wir in der Nähe nichts erst mal. Wir rennen dann erst mal ein bisschen schneller. Hier lang. Da haben wir irgendwie getrinken. Gluck, 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 gluck. Und können dann standardmäßig stinken. Schneller. Jetzt haben wir Welpos blutige Zeichen. Drei Stück sollen wir da anscheinend. Vertreiben zum Tode treiben. Gegenangriff der Pupu-Armee. Ja, wie gesagt, vielleicht auch hier werden wir vielleicht mal ein bisschen mehr mit dem PvP arbeiten. So, erstmal der Frostpfeil. Der könnte ein bisschen ein bisschen stärker. Da müssen wir bei Zeiten mal noch was gucken. So richtig, zurücklaufen kann man nicht. Man muss immer wieder zurücklaufen drücken. Muss man direkt mal gucken. Hier, ich habe noch meinen neuen Skill hier, meinen neuen Mana-Sterne-Ogortist da noch gar nicht probiert. Da winkt sie schon wieder. Ich denke, da soll sie zu dir zurückkommen, mein Freund. Sprich mit dem Monolithengeist. Wo ist er denn noch? Ach, hier wandert der Geist sogar, ja? Ah, ich verstehe. Da sind aber viele von Velpos Jüngern. Ach, der Geist ist hier öfter mal vorhanden. Na gut. Da ist ja noch ein Geist. Da sind viele Geister. Oh, es sind nur Alpha-Geister. Ach, du Schande. Na gut, hallo. Du hast es geschafft. Schon jetzt fühle ich, wie eine große Last von meinem Geist abfällt. Halte deine Hand auf. Dieses brennende Herz hat die Macht, die Geister dieses Ortes ins Jenseits zu geleiten. Wurf das auf einen der am nächsten befindlichen Geister. Dann findet er Frieden und dann kommt zu mir zurück. Okay, setzte brennendes Herz gegen einen Geist ein. Links oder rechts? Ach, wir gehen mal hier auf den. angeblich sollen wir ja da Hupp. Fuff. Geschmissen. Hat ich stand da gar nicht sinkt oder ich stinke? Und sie winkt auch noch wieder. Acht, die stand da. Also, ich habe eine ziemlich stark winkende Dame hier, möchte ich mal sagen. Und wir gehen wieder zurück zum Monolithengeist. Jetzt, wo ein Geist es ins Jenseits geschafft hat, werden auch die anderen ihren Weg finden. Ich danke dir. Möge Nui dich auf deinen Reisen begleiten. Aber na, gerne doch. Hätte ich da eben noch was aussuchen sollen vorher? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Oh, ich habe ja hier gerade eine Menge. Gut, das werden wir auf jeden Fall noch mal das werden wir noch alles mal angucken und danach werden wir da auch wieder beenden. So, erst mal nehmen wir uns mal hier die Geldbörsen. Geldbörse des Farmers. Um irgendwie einen Erfolg haben wir wiederum. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Nuiance-Schwert. Oh, soll ich etwa jetzt im Verhältnis ein Schwert bekommen und nicht nur ein Stöckchen? Da haben wir unser Stöckchen. Wir gucken mal. Wir haben ein Schwert. Ist das schön. Äh, den Stöck brauche ich nicht. So, kann man mal verkaufen. So, was haben wir noch als nächstes? Hier haben wir noch den Waff. Was haben wir hier? Nuiance-Großkeule. Noch besser. So, die Großkeule hat, äh, Moment, Moment, wo bringt der denn jetzt hier? Äh, linker Schild, Einhandwaffe. Okay. Achso. Momentan habe ich Schild und Schwert und könnte aber auch auf die Großkeule setzen. Die Optik sieht ja hervorragend aus. Aber wir gucken mal mit der Großkeule. Mal gucken, was dabei rauskommt. So, was haben wir hier? Eine Laute. Laute ist aber gut. Man soll ja angeblich heilen. Benutze den Skill-Instrument spielen, um mit Flöten und Lauten Musik zu spielen. Lauten stellen Gesundheit wieder her und flöten Mana. Aha. Also, wir bräuchten eigentlich beides sozusagen. Gut. Habe ich aber nie verwendet, großartig. muss die ganze jetzt gehen. So, jetzt haben wir hier natürlich einen prächtigeren Schild, als den wir vorher hatten. Den packen wir mal hin, den wir verkaufen. Dann haben wir noch einen Bogen. Auch interessant. So, und zwar der Bogen auf jeden Fall besser als den, den wir momentan gerade haben. Wechseln wir mal und können den einen verkaufen. Dann haben wir hier den Nujan-Stab, was auch immer der macht. Der Nujan-Stab ist eigentlich fast schon so groß. Ah, ist auch eine Zweihandwaffe. Hat Spiritualität, hat er weniger. Der läuft komplett anders, wa? Ich benutze den erstmal, ich stelle den erstmal hin. Also, wir haben auch ein bisschen Platz, von daher, wir müssen den nicht verkaufen. Und hier haben wir ein Schwert. Ah, wieder eine Zweihandwaffe. Die ist aber überall besser. Ach, ist der Böse. Sieht auch besser aus, das Schwert. Gut, dann kommt die Keule weg. Ah, und der Stab hat noch mit ein paar Sachen auch noch was Besseres. Oh, ich habe anscheinend Geld. Ach, ne, hier unten, ich habe noch ein bisschen mehr von dem Staub. Gut, das heißt, wir haben hier unten die Sachen zum Verkaufen. Wenn wir mal irgendwann mal dazu kommen. Bis jetzt haben wir noch keine Verkaufsmöglichkeit gehabt. Und dann werden wir mal gucken, wie wir das alles hier unterbringen. Okay. Bedanke mich bei euch für das Zugucken. So, einmal so machen. Und dann winkeln wir eine Runde und sagen auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 långweiligen. Untertitelung des ZDF, 2020